Hola, bon suave Muchachos, da sind wir wieder am Schnitzel, die Losers, wir zocken Rainbow Six Siege Ranked mit dem selben Team wie am Mittwoch, nämlich mit dem Kackbosser. Außerdem mit Johnny von den Couch Gamern. Und der Bolleck und der Schaffler sind auch mit von der Partie. Hallo. So, wir zocken jetzt auf Chalet eine Runde. Chalet gefällt mir relativ gut. Wundervoll, Map. Ja, Ubisoft. Aber jetzt wird rasiert, ihr müsst ihr ja Auftrag rasieren. Wo spielen denn eigentlich die Gegner? Hier haben wir schon mal Silber. Hier haben wir schon mal Silber und den Rest von sich nicht upchainen. Es geht los. Es geht los. Kann man eigentlich auch in die Küche reinspringen? Ich fahr mal, da ist ein Fenster, könnte vielleicht gehen. Marie, klar. Klaus, oh. Wir sind nicht in der Shiga-Stylelioge. »Baba, bababa« Es ist cool. »Papaba, bababa« Bitte, wir sind teilt. Nein, fick dich! Ach, komm, alter! Hat der keine Hobbys, Alter? Oh, hier ist die Kasten-Couch? Wir chillen in der Kassel-Couch. So, mal sehen ob der Raum free ist. Ich würde gerne im dritten einfach vorne reingehen. Echt vorne? Ich würde gerne seitlich reingehen. Also hier. Weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass da relativ häufig... Alter, ich habe 1 AP. Das Gefühl, dass die auch relativ häufig fallen sind. Ich habe ihn zweimal mit der Sniper getroffen. Thatcher, wo ist da Thatcher? Ja, Thatcher ist eigentlich... Muss man gucken, dass du mit dem Termite immer spawnst. Johnny, wir haben jetzt Wände komplett voll mit Elektroscheiße. Das ist super, wenn du noch vorbeischaust. Das ist super. Einfach laufen, einfach laufen. Warte, warte. Oh, du kriegst gerade eine Rasur. Pass auf. Wow. Ich konnte nicht schießen, weil ihr alle im Weg wart. Aber ihr macht das schön. Okay. Sehr nice. Und nochmal was. Steht bitte davor. Irgendwer safen. Bollack, safest du mich? No! Ich mach auf, ich mach auf. Die habe ich geteamt oben. Soll, da war sogar noch einer. Die zwei Stück waren oben. Puls und Smoke waren oben. Ich habe einen noch verletzt, ne? Ich habe einen noch verletzt. Was? Von oben kam der. Puls war nach oben, Puls war nach oben. Ey, Dritter. Puls war nach oben. Na, soll er kommen? Nimm was ein. Scheiße. Sprengladung aktiv. Ey, der ist über euch übrigens. Mal passen, wenn die Treppen, was runterkommt, zeige ich es dir. So. Marvin, du weißt schon, dass noch einer drin ist im Raum, ne? Da ist keiner mehr drin, ne? Ne, da ist keiner drin. Ach so, der ist tot. Ha! Wow! Durch die Wand. Vor meiner Sprengladung. Oh, fuck! Du musst schon rein. Marvin, du musst reingehen. Bleib da und guck jetzt rechts. Wunder Pro kommt er dann. Ne. Ne, links an der Tür. Wieder rechts. Kann ich doch! Jawoll! Nice! Winner, Winner Chicken. Ich habe drei oder vier Leute umgeboxt. Nice, Alter. Leider habe ich nur für zwei den Kill bekommen. Zwei im Runde. Ja, aber ich habe zwei verletzt. Ich habe oben einen weggeholt und wurde dann noch von zwei weggeboxt. Boah! Also oben waren drei Leute mit denen ich geboxt habe. Das war meine Runde hier. Das war meine Runde. Was nehmen wir denn da mal? Das ist die Frage. Schneemobil! 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 Schneemobil? Wobei ich jetzt gehört habe, Marvin, dass das doch mit Hörern geht. Echt? Ja, aber mit meinen Kopfhörern ist es dann eher random. Ich mache die Garage zu, weg da! Boah! Let's go to the Mall! Today! Einer pro Tür, ne? Äh, pro Rand. Ja, 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 ja. Und? Ach ne, wir haben ja gar keinen. Jäger. Wer bist du? Oh! Alter, wir sind ja Drohnenkiller! So, ich habe noch alle Wände. Deswegen, irgendwas sollte ich wahrscheinlich auch nochmal zumachen. Ja, hier zum Beispiel. Ja. Ansonsten, wenn du noch eine hast, kannst du nur nebenan im Nebenraum da vorne. Da. Und die da zumachen. Ich chill jetzt erstmal hier. Äh, Smoke? Ja. Bolek, willst du... Oh fuck, hier ist was. Vorsicht, Vorsicht, da ist Fenster offen. Mhm. Ihr macht das. Ich bereite ein Männchen vor. LOL! Wurde geflasht. Also, sonst kann man eigentlich da oben durch die Fenster immer Smoke-Scheiße durchschmeißen. Laut C4. Haben die keinen Dude? Das wäre ja lustig. Äh, keinen Thatcher? Das wäre ja lustig. In ein Camp T4. Vielleicht finde ich hier irgendwas. Okay. Dead Child! So, deswegen machst du das. Wo chillen die denn? Okay, äh, ich sub grad'n Hinter uns, also durch das Weinding Kommt ein Schild Ihr macht das, ihr macht das Äh, Bollek? Ja, bitte Du liegst da grad relativ nix zu gern Alter Alter, was ist da grad explodiert? Ich seh nix, lol Auf der Treppe, auf der Treppe Hilfe! Willst du da hin? Ich kann nicht... Es sind drei Leute hier im Raum drinnen Ich markier sie euch Okay, komm Was? 2 Stück auf der Treppe Okay Ne, die haben uns richtig gefickt Ey, was war das denn? Fuck Ja, okay, Bollek ist... Alter, haben die uns zerflückt Und das nicht mal mit Termite Oh, das war so schlimm Ey, ich hab einfach... Ich war fucking... Auf einmal war ich ge... Geblindet, obwohl ich... Keine Ahnung gesehen hab Von allen Seiten Von allen Seiten kann die rein Das war das Problem Ich hab null mehr auf die Treppe geachtet Hm... Hm... Termite, Termite, Termite 1 zu 1, okay Ja... Das geht besser Das geht echt besser Ne, ich wurde wieder so random weggeholt, ey Ich wurde... Ja, ich wurde gekillt, weil mein... Mein Bein durch mein Schild gebackt hat Oh, okay, das war ja Deswegen konnte er mich töten mit nem Schild Die sollten das auch irgendwie einfügen Das Querparteile, die was irgendwo durchpacken Dass die keinen Schaden bekommen Ja, aber ich weiß nicht, wie das gehen soll Ja, ist eben hart, ne? Wahrscheinlich Programmierer-technisch relativ Ne, bei mir war grad das Problem Irgendwer hat auf die Treppe geachtet Und ich dachte, die wär safe Und dann bin ich da langgegangen Aber die war nicht ganz so safe Was war ich? Ne, ich hab... Ich hab ja eigentlich auch auf die Treppe geachtet Aber ich war ja wie gesagt dann... Geblindet und... Ist er tot Okay Hallo WTF Ich wurde zurückgekortet Zurück... Rubber Banning Rubber Rubber Ey! Welcher Hank war da hinter mir? Oh, Deko Typisch Welcher Hank? Verdammter Hank Ah Hank ist dieses blaue... Okay, einer ist oben Einer ist oben In diesem... Ey! Ich markier ihn Pass auf, bitchmove, bitchmove Ich markier ihn Ja, 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 ja Lasst mich da hin Lasst mich da hin Okay, er haut ab, er haut ab, er haut ab Termite, Termite, bitte Marvin, hier lang Hier lang Deko, Deko, Deko Ich gehe immer ganz gerne hier rein Nichts Hab's ja du gar nichts Das flackert irgendwie nicht Hey! Scheint free zu sein Äh... Ja, spring mal... Dabei brauchst du gar nicht Mach ich Weg durch in Deckung Hä? Ich hab ihn irgendwie erwischt da durch Loll, ey, der... Okay, das macht jetzt wahrscheinlich keiner mehr auf, oder? Der macht doch neu auf! Super zum Durchfallern Anna ist oben In der Bibliothek Okay Jetzt noch, äh, die nächste, die... Haben wir Ash? Nee, haben wir nicht Hab ich Sehr schön Also das Ding kaputt machen, und dann... Sehr refresh Einmal eingegangen Ja, da brauch ich nochmal den Schild, Mann Loll, wie random ich den bekommen habe Wollte das sagen, Marvin, Alter, das war aber... Nicht lucky Ich hab den nicht mal gesehen Okay, äh, da oben ist bestimmt auch noch ein Homo Oben wurde schon angekillt Achso Mach mal da in der Küche auf Ist in der Küche wer drinnen? Wüsst du das? Also ich check mir kurz mit meiner... In der Küche ist frei Johnny ist ja schon in der Küche Könnt ihr da aufmachen, dann kann ich rein snoppen Ja, deswegen wär's fresh, wenn irgendwer da das Ding weg macht Ach, hier Das ist so geil, ne? Man wird mit dir aufgemacht Genau Er frisst du noch, oder was? Drei Viertel Leben abgezogen Rook hinter der Tür im Flur Drei Viertel Leben Drei Viertel Leben Drei Viertel Leben Drei Viertel Leben Marvin, ist da nicht ne... Lupe irgendwo? Links Also jetzt unter dir Ok, ich geh den normalen Weg Nice Ja, man braucht zwei Schüsse auf die Tür Hä? Bis zu offen Scheiss Nice Wunderbar Alter, wo war ich denn hier? Ich war ja in so'n Zwischenraum, Leute Ja Sehr schön Ey, mit dem Schild krieg ich immer diese Runde nur auf die Schnauze Eigentlich krieg ich allgemein diese Runde nur auf die Schnauze Ich bekomm die letzten zwei Runden auf die Schnauze Bekomm, klop Aber du hast überlebt Ja, diesmal Wow Vier Kills, ein Random Kill 1, 2 BAM BAM Das ist immer ne schöne KT, die runter geht Hey, ich hab wundervolle Zahlen 1, 2, 3 Hey, Mr. Policeman I don't want no trouble Dekos Letzte, das sehen wir nicht sehr oft Aber, ne, ist es wieder so Loll, mit 390 Guck mal die ganzen anderen Leute die selben Stats haben wie ich, ne? Einfach mal 400 Punkte mehr Wer ist hier am markieren? Wenn ich gebraucht werde, dann scheine ich, ja? Dann scheine ich Und ich werde gerade gebraucht Und ich werde gerade gebraucht So Harry Potter ist mit uns Tch Nein Egal, mach die gut Do it, do it Will die Valkyrie irgendwas rausschmeißen irgendwo? Nach vorne? Ah, ah Hier hin Wenn du aufs Helipad was schmeißen würdest, John, das wäre ok Ja, wenn ich da hinschmeißen könnte, gleich Ja, kannst du Gleich Mach ich auch immer So Aber am letzten Mal Seine Dinge haben wir noch? Ja, dann Ziel höher Komm schon, lass mich bitte wieder treffen Ja Wo wollt ihr Mein Schild hinhaben? Ja, hol Weg, 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 ey Alter Oh Gott, Alter GG Gut, da mach ich schon mal nicht mehr zu, das Festival wird offen Wie du einfach nur rumschreißt Ja, du hast ein Castle im Scheiß drin, Alter Und dann machst du das mit einem fucking Holzanzug Durch meine Wand hätten sie sich durchschießen können Wenn die geplantet wird, kann man die wieder mal durchschießen Nein Doch Nein Solange deine Castle Wand nicht dran ist Woa Woa Wie random wieder, ey Oh mein Gott Oh Gott Hinter dem Waffen am Fenster Ja Ja und jetzt kommt einer, Alter Der Bug müsste das sein Da unten Ich glaube der Sniper ist da, da brauchst du gar nicht rausbekommen Drei Leute hab ich schon wieder umgeknitzt, ja? Wer seid ihr eigentlich? Äh Jetzt hab ich ein Problem Äh Da unten ist einer Kommt jetzt hoch Ist in der Zwischentufe Geht nach oben die Treppe Da Der Bug steht vor der Tür Ja, 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 ja Guck zur Tür, du kannst ihn Hol ihn, hol ihn, hol ihn, hol ihn Sehr schön Wundervoll Wer hat natürlich die ganze Zeit markiert Nur noch der Sniper Ich hab ihn markiert Wäre viel schlauer gewesen nicht zu markieren Naja meine Cam sieht man ja nicht sofort Wo steht denn der? Ich weiß auch nicht wo er ist Hier ist er Wo ist er hier? Pst Na Ey Ich bleib hier drin Wie er einfach Insta durchschießt, ne? Loll, wie viel Zeit er wieder hatte Wo war der? Ähm Hinten beim Ich weiß nicht, welcher Raum heißt, oder? Im Kopierer ist er drin Achso, da, ok Ja, wo man auch auf diesem Balkon vor den Fenstern da hochkommt Ja, ist direkt im Computerraum selber drin, ne? Dann stehen wir hier Er muss reinkommen, ja? Easy Ja, lass den Kammern bis Geht da hinten rein, in den Raum, wo auch nebenan das Bad ist Also diese Badewanne Ja, das Schlafzimmer 40 Sekunden noch, schaffen wir, komm, komm Er ist im Flur Er pimmelt, er pimmelt hier immer noch rum Er geht Richtung Treppe, jetzt geht er Richtung, ist er vor dem Kopierraum Läuft da um die Ecke, Schaflers, bei dir kommt er gleich in den geraden Gang Er biegt jetzt ein Nice Sehr schön Bäm, 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 bäm Bei ihm läuft Bei 1 Wundervoll Komm, Matchball Pass echt mit, ey, bei mir läuft das Match so scheiße, so scheiße aus, wenn wir gewinnen gehen So, ich versuch's nochmal mit dem Schild Echt? Nochmal? Oh je Termite Komm, Termite Willst du nicht Thatcher diesmal nehmen? Thatcher Thatcher Das war noch mit von Thatcher Thatcher hat ein Termite drauf, ne? Wir brauchen jetzt nur denselben Raum Ich hab irgendwie kein Entweder Bibliothek oder in der Garage, wir brauchen sie auch noch nicht Ja, ich denke mal die gegen Garage, das ist doch so ein Wohl Bibliothek ist eigentlich auch gut Mavi, was bauen sie? Also Garage, Garage ist Klippen Dann spawnen wir Klippen Komm Utsch, das wird eine super Runde wird das Mal Boss der MVP, das gab's auch schon lange nicht mehr Ich würd' es gern nochmal 5 Fields holen Okay Wer cruised in den Keller? Dann cruise ich nämlich nach oben Bar is free Failbar Raum Ich glaube Bibliothek oder Keller? Ne Bibliothek is free, Bibliothek is free Dann ist der Keller Im Keller klapperts schon überall Eeeh Klippen ist übrigens der Spawnpoint Könnt ihr noch mit 7 umswitchen Nein Ok Ehm Haben's kein Mute? Lol Wir haben nur Bandit und Mit 7 umswitchen Hat irgendwer von euch ne Granate? Hinten Granate, Granate, Granate Bolle Granate, Renate, nein hab ich nicht äääh Hab ich jetzt 2 mal ne Granate dann ja Nein, hast du nicht. Nee, nein, hast du nicht. Boah, Lake, hast du Granaten? Nein, hallo. Oh shit, man. Aufpassen auf Bitchmove. Ja. Äh, passt auf, dass die dich in C4 rüberschmeißen, ne? C4, die werden C4 mal raus. Ich auch. Ja, dann sollten wir erst jemand auf die Treppen gucken. Da oben durch die Fenster kommt der Scheiß meistens. Ja, deswegen... Warte, ich guck auf die Treppen. Ob er steht. Noll, die machen ja... Warte mal. Und? Ist das safe hier? Ich glaub Johnny? Äh, die warten bis die ankommen wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm... Fuck, wir brauchen... Wir brauchen hier was. Ich kann ihn ablenken, Thermite. Thermite, komm mal her. Warte, ich kann mir ja so tun, wenn ich was dran mache. Warte, nicht... Ja, Mann. Echt geklappt. Nice, Mann. Ich geh vor. Liegt da einer? Oder ist das nur... Ne, ist nur... Hinten durch. Geht hier. Nein, ey. Ohhhh... Ich... Krieg nur auf die Schnauze als Schild. Ey, lass mich doch... Bei dir läuft echt gar nicht. Warte, Marvin. Ich bin Sniper, lass mich vor. Ja, mach mal. Ich hab ihn gedrotten. Loll. P4 gezogen. Dahinten... Eigentlich... Eigentlich wäre es jetzt schlau, wenn... Mabossa einfach reingeht und sich hinten links hinten um Schneebruch gesteckt. Ich hab zwei Kills schon wieder geholt. Die wollten alle schon wieder irgendwas rauswerfen, die Homos. Wer ist das... Ganz hinten gerade durch steht einer. In... Bei diesen Treppenraum, da ganz hinten durch steht. Jaja, das ist der Rook. Hier mal gucken, der Raum selber ist übrigens free. Echt? Ich bin gesagt, das wäre schlau wenn... Hier ist... Hier sind zwei Leute. Egal, und noch einer. Marvin, geh einfach rein. Geh rein und stell dich hier hinten links an. Ah, wobei... Der ist auch offen. Alter, Daddy holt ihr alles, Mann! Komm, Daddy holt alles! Sehr schön! Ich bin der Einzige, der hier gestorben ist. 10, 1, 1, man! Alter, ne 10er, 11er KD sogar. Alter, das war wohl ein krasses Ding. Muchachos, Barbossa hat sich den MVP auf jeden Fall richtig krass verdient. Wenn es euch gefallen hat, gibt einen Daumen nach oben! Heute ja! Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Eingehauen. Bye, bye! Ciao, ciao! Outro